Guten Abend, liebe Gmünderinnen und Gmünder, guten Abend, verehrte Gäste. Herzlich willkommen zur Eröffnung des 19. Festivals Europäische Kirchenmusik. Viel Spaß dabei. Danke sehr. Eröffnung des 19. Festivals Europäische Kirchenmusik. Das Festival 2007 beginnt so im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Paukenschlag. Schwäbisch Grün steht nur wieder für dreieinhalb beeindruckende Wochen im Zeichen der Kirchenmusik. Und auch dieses Jahr werden wir geistliche Musik in weiten Klangwelten erleben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020